Hallo und schönen guten Abend. Es ist spät, ich weiß, aber ich muss mich hier nochmal zu Worte melden. Erstmal wunderbar, dass Deutschland 1 zu 0 gewonnen hat. Wunderbare Sache. Ich dachte persönlich, es wird ein 2 zu 1, aber damit bin ich auch zufrieden. Die Tendenz war ja schon mal richtig, ne? Und als Orakel muss ich sagen, ich habe bisher nur bei drei deutschen Spielen bei dieser WM versagt, ne? Also... Ähm... Ja, aber zum Hauptthema, wie ihr es am Titel schon erkannt habt. Mount & Blade with Fire in Sword wird wirklich definitiv unumgänglich von mir abgebrochen. Äh... Einige hatten jetzt schon wieder unter den Videos mir Tipps gegeben, wie ich den finden kann. Die meisten davon hatte ich schon probiert. Einer war dabei, der vielleicht sogar funktionieren würde. Nämlich der, dass ich wirklich meinen Ruf immer weiter ausbauen muss, bis der irgendwann wiederkommt. Da ich aber das Savegame privat rausgefiltert hatte und nochmal, äh, gespielt hatte. Also ich hatte das vorher mit, oh man, unvorbereitet Videos machen ist kacke. Ich hatte mir das Savegame geholt, praktisch ein Backup gemacht und dann weitergespielt, um zu gucken, ob ich den wiederkriege. Ich habe da ein, zwei Stunden oder so, habe ich da weitergespielt, wie ich es machen würde. Und habe da auch gekämpft und so weiter, gelevelt, was weiß ich was. Und der kam nicht wieder. Also... Hätte das ewig gedauert, bis wir den wiederkriegen. Und... Ja... Deshalb kann ich den Tipp jetzt auch nicht anwenden und vor allem, weil ich das Finale heute aufgenommen habe. Das Finale ist im Kasten. Das Projekt ist definitiv beendet und selbst wenn wir den Saklo Bay jetzt wiederbekommen hätten, ganz ehrlich, muss ich zugeben, Leute... Das Spiel, das macht mir einfach überhaupt keinen Spaß mehr. Und wenn mir was keinen Spaß macht, dann ist das ja... Werdet ihr verstehen, dann ist das ja blöd, wenn ich das jetzt weiß, weil es eh noch über 100 Videos machen muss. Das Ganze war von Anfang an ein Projekt, das mich ziemlich gefrustet hat, wo ich sehr viel Kraft für gebraucht habe. Und ich bin jetzt einfach an einem Punkt angelangt, wo ich auch sage, jetzt ist Schluss. Bevor ich irgendwie noch die Freude am gesamten Mount & Blade verliere, da breche ich dieses schwarze Schaf lieber ab. Und konzentriere mich alternativ auf ein anderes. Ihr werdet jetzt natürlich selbstverständlich nicht warten müssen, bis Bannerlord erscheint. Wann immer das auch sein wird, ist ja noch kein Datum bekannt. Ich habe eine, ähm... Alternative parat, die wird starten am... Zug? Warum anders lang, Herrgott? Nochmal, ich nehme hier ein Infovideo auf, da ziehst du ja wohl. Deutsches Bahnpark nimmt keine Rücksicht hier. So, da bin ich wieder zurück. Ähm, ja, wo war ich denn gerade? Hm, nom, 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 nom. Ihr werdet jetzt nicht bis Bannerlord warten müssen, definitiv nicht. Ich habe eine Alternative parat. Was das sein wird, sage ich euch noch nicht. Starten wird das am ersten Samstag nach dem finalen Video von Refire & Sword, was das 200. Video sein wird. Denn nach dem 200. Video hätte ich jetzt eine neue Playlist machen sollen und da habe ich gesagt, nutze ich das jetzt einfach, mach da ein Finale draus. Habe auch noch was Schönes da gemacht, so zum Ausklingen. Aber wir feiern Sword, das Spiel, das, das, das passt einfach nicht zur Mount & Blade Reihe, finde ich. Diese ganze Storyline ist, die ist einfach fehl am Platz. Mount & Blade ist für mich ein Spiel, wo ich 100% selber entscheiden kann, was für eine Geschichte ich schreiben will. Und dass ich keine anderen Fraktion beitreten kann während der Story, das ist schon mal ein riesen Eingriff in die Freiheit des Spiels. Und dass dann noch dazu kommt, dass die Nationen wohl so gescriptet sind, dass die nicht so einfach vernichtet werden können während der Story, sondern erst wenn die Story erlaubt, dass man es macht. Das, das sind einfach Eingriffe in das Spiel, die ich nicht gutheißen kann. Wenn es da draußen Leute gibt, die denen bei dem Spiel eine Story fehlt, dann sollen sie sich halt eine Modifikation oder so holen. Und ich will Mount & Blade, wie ich es kennengelernt habe. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die das bei Bannerlords auch wieder so machen, dass man da keine Story hat. Paar mehr abwechslungsreiche Quests und vielleicht kleinere Questlinien. Okay, aber so eine richtige zwingende Story, nein danke, das, das muss doch wirklich nicht sein. Ich will lieber meine Geschichte selber schreiben und ja. Auf jeden Fall, wir haben 200 Videos lang, haben wir Mount & Blade with Fire & Zord gehabt. Und ihr habt gemerkt, dass ich die meiste Zeit davon eigentlich nur gefrustet war, wegen Bugs, wegen Features, die nicht richtig funktionieren oder wegen Features, die so funktionieren, dass sie den Spielfluss erst recht blockieren. Es gab einfach sehr viele unschöne Sachen an dem Spiel, sehr viele Bugs und im Großen und Ganzen, das Spiel ist meiner Meinung nach nicht ausgereift. Es wurde schnell zusammengeschraubt, um schnell ein neues Mount & Blade auf den Markt zu werfen, in meinen Augen. Was man auch daran erkennt, dass 80% der alten Musik einfach mal wiederverwertet werden, obwohl das ein ganz anderes Setting ist. Die ganzen Bugs und, ne, das, das, bevor ich wirklich die Freude an der gesamten Mount & Blade Reihe verliere, ziehe ich hier die Reißleine. Ich hoffe, ihr könnt mich da auch verstehen, dass ich das, dass ich einfach nicht mehr die Kraft habe, mir ein Spiel anzutun, dass ich nicht leiden kann. Das ist, das ist wirklich selten, dass ein Spiel so verhasst ist bei mir, sag ich mal. Oder verhasst kann man nicht sagen, an sich ist es ganz lustig, aber, dass ein Spiel mich so, so gar nicht irgendwie anspricht, dass ich sagen muss, ne, das ist, das letzte Spiel, wo ich das hatte, das war Resident Evil 6. Das Spiel hatte ich dann aber auch durchgezogen, mehr schlecht als recht, aber, ich weiß nicht, Mount & Blade mit den ganzen Fehlern und den Eingegreifen, die Story, die neuen Sachen, gut, okay, die waren ganz schön, aber die ganzen alten schönen Sachen rauszunehmen. Dann kommt noch dazu, es war ein Setting, das nicht groß beansprucht wurde, ein unverbrauchtes Setting, aber ich bin nun mal mehr der Mittelalter-Typ. Mit den ganzen Bugs dann zusammen, das Spiel, das war für mich einfach nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es war besser, als ich gedacht habe, aber zwischendurch habe ich mal gedacht, das wird echt ein echtes Mount & Blade, aber da musste ich doch merken, dass es doch mehr in die Meinung zurückgeht, die ich dachte, nämlich, dass es ein Spiel ist, das eigentlich noch in der Alpha oder Beta rumhängt. Und ja, wie gesagt, ich zähle da nochmal auf euer Verständnis, denn was bringt es euch, wenn ich jetzt, was weiß ich, noch 100 Videos runterleihe und einfach überhaupt keinen Bock mehr habe auf dieses Spiel. Da können dann auch keine guten Videos entstehen und deshalb lasst uns das Spiel einfach jetzt beenden und einigermaßen noch im guten Blick behalten und uns auf andere Sachen konzentrieren. Wie gesagt, ihr werdet nicht ohne Mount & Blade auskommen müssen, ein paar Tage nach dem 200. Video werde ich das nächste Mount & Blade starten. Welches es ist, sage ich noch nicht. Viele Optionen gibt es da ja noch nicht, weil da Bannerlords nicht da ist. Im Prinzip gibt es zwei Optionen, denke ich mal, aber ihr kennt mich ja. Ich bin, ich halte lieber noch ein bisschen Geheimnis drüber, muss ja nicht alles direkt veröffentlichen, ne. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf, wenn dann endlich mal Bannerlords erscheint und hoffe sehr, dass das wieder in Richtung Warband geht und dieser ganze Storymist einfach ausgelassen wird. So, und jetzt ist auch gut, hier ist spät am Abend. Naja, so spät ist es nicht, ich weiß. Aber, was soll ich sagen? Es ist traurig. Mount & Blade with Fire and Sot hat mich wirklich fertig gemacht. Ich werde mir jetzt auch erstmal ein paar Tage Ruhe gönnen vom Mount & Blade. Überhaupt nicht mehr groß drüber nachdenken. Wieder ein bisschen Energie tanken und dann mit guter, neuer Laune in das nächste Mount & Blade Projekt starten, bei dem ich euch hoffentlich als Zuschauer begrüßen darf und ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt wirklich nicht zu übel, dass ich das Projekt abbreche, obwohl es doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Aber, ich habe einfach keine Lust mehr, mir da anzutun und ja, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit. Ich weiß, das war alles jetzt recht sehr unvorbereitet und so weiter. Entschuldigt das und schönen Abend noch. Macht's gut, euer Lord Peter.